hallo leute und willkommen zum ankündigungsvideo die einen wissens die anderen wissens nicht und zwar möchte ich euch einfach mal mitteilen dass ich jetzt ein neues projekt habe und zwar minecraft flash nennt sich das ganze und das ist ja mit euch mit der community mit anderen youtuber oder einfach nette menschen die mit mir gerne zusammen ein let's play machen also sprich wir werden auf servern zocken zum beispiel aura oder bad wars range mode ja was so die server so hergibt und könnt ihr euch bewerben das ist egal ob die jetzt youtuber seid oder nicht ob alt ob jung hauptsache wir haben zusammen spaß ganzes ungezwungen und das soll einfach nur zusammen chillig zum zocken bewegen genau und warum weil ich das projekt starte ist darum weil mich ja viele 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 auf skype anschreiben oder auch auf youtube nachrichten oder 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 also ich kriege auf jeden fall viele viele anfragen und deswegen habt ihr die möglichkeit so ein kleines formular auszufüllen da habe ich eine kleine übersicht und da werde ich euch dann ein zwei tagen dann anschreiben und die ganzen bedingungen und wie das ganze abläuft das steht alles im formular drin und ja wie man formular ausfüllt das soll sich eigentlich schon selbst erklären würde mich freuen wenn ein oder anderen mal da mitmachen würde schaut euch an was noch zu erwähnen ist dass vielleicht die folgen kommen immer mittwochs also jeden mittwoch ja ich denke 16 uhr soll eine gute zeit sein bringt bisschen geduld mit ich werde euch auf jeden fall anschreiben und es kommt auch wirklich auch jeder dran ja nur wer sich über das formular anmeldet ist auch dabei ich möchte keine kommentare hier sehen wo sagt ich will mitmachen das ist nämlich nichts deswegen geht es nur über den formular und ja die wo mich schon kennen wo schon auch länger kennen das gilt natürlich nicht und ja sonst wie gesagt nur über das formular werden schätzt nicht so persönlich oder so kennt gut dann würde ich mich freuen wenn wir uns bald zusammen in einem minecraft game oder mini game wie auch immer zusammen zocken und dann ja viel spaß wir sehen uns dann die nächste jahre in ein let's play oder wie auch immer macht's gut bis dahin ciao